so auch nicht schlecht in der luft stehen mega rampa rennen Aha. Äh! Oh! Mach doch einiges! Jungs, was geht bei euch denn so ab? Och, nix. Tschüssi! Hey! Ach, Baby will, Baby will, Baby will, Baby will wieder wieder mit. Oh, Alter! Äh, da. Bitte zu Hause bin ich dritter. Ich hab den Punkt noch nicht, hä? Ich hab das jetzt oben. Ach, nö, ne? Ja. Okay, dann wieder neue Sporn. Ramjads. Oh! Ja, geil, danke schön für dich. Ich krieg den Punkt und das liegt erstmal in die falsche Richtung. Dankeschön! Ja, aber bei mir genauso. Ja, du bist da hinten, du fliegst da hinten raus. Ja, durch das komplette Wegbremse stehst du erstmal. Ja, ey. Ja. Das sieht sie dort werden. Nein! Oh, ich war fast unten. Das ist weg, ausgebremsen nimmt er den kompletten Schwung eigentlich weg. Oder fahrt einfach rechts vorbei, da geht's auch. Wenn du jetzt mal so kopfüber reinfällst, ne, deswegen, ne? Wir haben schon wieder dem gleichen Ding weggefrutscht. Yes! Unten. Ach, die scheiß Karate auch noch. Ditro. Aber bei mir springt die immer nur. Ja, was? Warte mal. Ah! Ich komm. Ich komm wahrscheinlich wieder nur mit dem Roten. Na, danke, dass mich da wieder rausgeboxt hat, das war super. Ja, ich bin unten. Ja, ich bin unten. Ja, ich bin unten. Boot. Ein Boot. Ein Boot. Ein Boot. Ein Boot. Warum steht das? Ich hab hier in der Fatsch-Richtung. Ich denke mal, dass das Boot anzeigt, weil das Auto bestimmt hier schwimmen kann. Wenn du damit ins Wasser fährst. Kann sein, ne? Das ist bestimmt ein Amphibienfahrzeug. Ja. Boah, dieses... Naja. Wer ist da links neben mir im Flugzeug? Baby. Ich bin im Fahrzeug. Boah. Hätte ich die ganze Kurve gekriegt. Schade. Ernsthaft? Bravo. Geschafft. Ich hab das auch vielfältig beim ersten Mal da unten hin gebracht. Ich mein... Schade. Alter. Nein! Hä, wieso nimmt ihr den Punkt nicht? Bin doch klar durchgeflogen. Ja, falsche Richtung, weil ich nochmal nachdrehen muss. Oder was? danke schön da wollte ich auch vorbei du hast dich hätte mich so genau da bei mir hingestellt dass ich nicht weiter kann dass ich das mit dem ganzen schwung weggenommen ja das ist doch nicht wahr ja 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 Das war's. Boah, kekant. Das ist gerade ein bisschen frustrierend, wenn er da echt die ganze Zeit fast bis unten kommt und dann im letzten Moment auch runterrutscht. Boah, scheiße. Na komm, jetzt bist du ganz runter, komm, jetzt schaffst du das. Natürlich, schlägst links und rutscht rechts runter. Mann. Ja. 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 Vielen Dank. Lebe ich voll durch den Stuhl, ey. So, fäll mich mal unten. Noch bebe ich nicht, ja. Wow, Viggy. Ich bin unten, aber... Entschuldigung, ich schreien genau. So geil. Neu ansetzen. Ohohohoho. Ohohoho. Ohohoho. Ohoho. Und jetzt wieder hoch. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. vergisst du kannst doch nicht das tor doch bin ich schon ein paar mal ja das hat man eben gesehen und habe mich hat es komplett nein mann und dann prallt das ding nach rechts weg wieder bin ich der leidtragende erwischt aber du hast mir die waren so versperrt dass ich vorbei dass ich ganz schräg anfahren musste und quasi danach links rüber weggerutscht bin ich jetzt kann ich musste der flugzeug aus weil ich noch einmal was sagen geflogen oder angerutscht kam er weniger nicht weiter zu machen das gibt es doch nicht dass man hier ständigen schleudern kommt hier ja wie kann man nur bei an deiner stelle ständigen schleuern kommen das war klar das beste stück war noch das am anfang wo wir drei mit den motorrädern wenn du das ding einmal das einmal überschlägt hast du keine chance mehr irgendwas zu machen natürlich ja 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 Ach nö, ich will doch mal auch unten ankommen. Und nicht immer kurz vorm Ende wegrutschen. Why? Ich soll hier unten über zwei Reden weiter. Ja, Markus, du gehst das Selbstwort, okay? Und die du ruf. Oh, oh. Aber. Oh, Entschuldigung. Ich bin so, aber ich schenke, bleib da jedes Mal drin hängen in diesem Ding. Sorry, aber du weißt ja, man ist da einfach nur noch Passagier, wenn das Ding anfängt zu kudeln. Da, Junge. Ich mach dir Saltos. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. nichts machen gefällt sogar beim start schon runter ich muss sagen heute macht mir persönlich nicht so viel spaß wie man jetzt mal aber das ist ein bisschen mit der streckenauswahl aber alles gut kann man jetzt wenigstens vernünftig unten hatten immer geschafft ich kann mir immer mal helfen Markus hast du es gerade gesehen das ist eine perfekte Part so, nächster Auto hier kommt ein smarty Tschüss. Jetzt wird es auf dem Dach liegen bleiben oder was? Stell dir vor, wir müssen damit fahren. Bring mich nicht auf Dose-Ideen. Kopfschirm noch. Nicht jetzt, Leute. Nicht jetzt. Schirm. Schwertransporter kommt runter. Ich helfe dein fetter Vogel. Oh Gott, 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 oh Gott. Ja, ja... Es sieht interessant aus, als du dran machst. ohhhh ohh ohhh ohhh oh, Alter! Jetzt kommt's klar. kommst du es dann mal wieder auf die Reihe? Ja. Hey, super. Du bist so gut. und jetzt abschneiden und jetzt abschneiden so